WUAH! WUAH! Morgen Jungs, auf ein weiteres. Servus. Unter der letzten Panne, Moment, ich muss erstmal hier den ergonomischen... Es war ergonomisch eingestellt. Für dich! Jetzt ist es unergonomisch. Ergonomisch für Rothaarige wahrscheinlich. Jaja, komm als Mod. New Game. Ey, deswegen musst du jetzt aber nicht beladigend werden hier. Achso. No Intruder, da gibt es ja nichts neues. Laut Changelog, deswegen vertraue ich mal darauf. Start. An dieser Stelle. Ein bisschen hier. Start. Ja, nach der letzten Panne, da ist ja hier Memory Access Violation gekommen, als wir den neuen Navigator ausprobieren wollten. Das war eine der neuen Funktionen. Ob das jetzt Zufall war, oder ob das generell ein Bug ist, oder woran auch immer es liegen mag. Wenn ich den Navigator habe, dann probiere ich es auf jeden Fall nochmal aus. Ich probiere es aus, bevor ich den durch SCP-914 gejagt habe. Die Tür ist offen, das gefällt mir nicht. Vielleicht ist es ja nur ein Bug, dass der nicht mehr funktioniert, wenn man den Verifying gemacht hat. Die Batterien, die kann man ja auch vor die Türen schmeißen. Ja gut. Als Orientierungshilfe. Oder Origami. Und so vor die Tür. Oregano. Oregano, ja. Kommt er, kommt er, kommt er nicht. Alles offen, hey. Ich bin nicht kalt. Nicht nicht. Also hier müssen wir nicht mehr rangehen, ne? Weil da ist ja Sackers an alles. Ja. Bisschen Bescheid, ich gehe jetzt erstmal geradeaus. Geradeaus, genau. Das ist jetzt... Der Masterplan. Für diese Episode. Kein V-Sync, oder? In dieser Version. Was liegt da noch im PC? Na, wir sind da vorne. Wir sind da vorne. Busschen! 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 Das Band ist jetzt gar nicht so schlimm. So. ach man jetzt kommt es wieder so ich probiere es ja ich probiere es ohne sp 914 geht er schon mal also er zeigt an wie man sich fortbewegt couldn't connect to map database ja weil nun normalerweise kann der die komplette map anzeige und so zeigte nur an wo wir bisher waren aber weil dieser komplette district offline ist und es wahrscheinlich keinen wieder mehr gibt wenn wir nicht diese märkte dabei und wir spitzen mal die ohren nach 473 oh oh gefällt mir nicht don't like don't like ja kein Thema äh ja also das mit dem Fall ist echt nicht optimal gelöst an dieser Stelle nochmal einen Appell an den Entwickler aber dasselbe ist auch bei SCP-012 das Notenblatt da ist auch der Schalter von der Tür direkt neben den Schalter zu dem Zugang zu dem SCP Gasmaske ja das war das Ding da ist schon eine Tür hinter mir auch können wir mal gerade den Change-Stop ein bisschen durchgucken oh nächste Zone wir haben noch keine naja Level 2 das ist neu oder? ne das ist egal schon mal passiert oh ne geräusch wäre es nicht oh ne jetzt lauf ja du responnt erst wenn ich da drin bin ich warte bis ich Stamina habe wo bin ich wo bin ich wo bin ich wo bin ich äh Omega Warhead Silo Junge da drin ist aufgegangen ja kommst du da nicht mit Level 2 rein? nein geht doch nix weil wir erst mal das normale KB schaffen müssen ich möchte dich erinnern wir haben den 106er nicht recontained weil du da so mir nichts durchläufst oh die Ente die Ente die Ente das sind keine Flecken die kommen ja erst wenn der was ist schlimmer das ist der ich wusste 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 das ist der Ding ja jetzt sind wir gar nicht aber wir fahren wir fahren schon mal das ist gut wir werden übrigens auch ein Video von dem neuen Map Editor machen da kommt 106 ja vor einem neuen Map Editor beziehungsweise ich werde das machen weil du ja keinen Bock hast ja ich hab Unlimited Movement hier ich weiß nicht von wo der kommt ich glaub der kommt von dem Daher genau shit AAAAAAAA ich hab geschrien weil du geschrien hast du hast geschrien oder? nein ne ich hab so und dann du hast voll geschrien wir schauen uns frame by frame an oder oder ihr entscheidet wer hat sie erst geschrien ja komm oder ich kann auch an der Stelle nochmal so eine Zeitlupe machen und dann warte mal von hinten ne ne da kommt er so weit weg ist der das wär unlogisch ne ich fiel im Bett ich fiel im Bett und ich hab immer noch die Pille was ist schon logisch warte du 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 der ist dann in der mitte aber das war eigentlich besser möchte jetzt in diesen raum da gelockt hätte in der mitte ist schlecht eben wenn er ist weil ich muss ja auch ein stück wieder rein da in der höchste schabert geschaut es geht nicht geht es wieder in diesen raum da und da noch nicht rein wenn er dann dahinten bin es in der hintersten ecke dann kommt jetzt der genau das war nichts so viel beder der steht jetzt wie immer dann glaube ich ich glaube er ist weg wahrscheinlich die gasmaske das ist ja noch nicht die gute gasmaske mit der man besser rennen kann weiß was ich meine ich dachte die tür die ist nicht zu sind und der aufzug ist nur oben da drunter deswegen aber das ist jetzt nicht so gar wir können containen zumindest er hat sich denn das ausgedacht ne da kann ich rein voll gescheuert oh nein ich bin nicht sorry das gibt mir ne muss man nicht zu viel aufwand beim editen und vor allem wollen unsere zuschauer nicht dass wir hier sachen schneiden das ist nicht mehr so spannend ich weiß nicht mehr wie das gesagt wird aber einherz gestiegen ganz willkommen noch mal wir müssen doch langsam checken dass wir zu flink sind also hier ohnehin keine chance hat wir fahren Da war er SCP-177 und da ist immerhin nicht hin. Sicher? Ja, war da dieser. Da macht ja hier... Eine Pirouette. Schöner hätte ich nicht sagen können. Kann man? Normalerweise liegt hier dieser tote Wachmann, oder? Manchmal. Ähm... Level-2-Karte. Kann man mit der... mit dem Computer? Weißt du's? Ich glaub nicht. Und was ist das? Ah, ja. Ja, warte mal. Das ist das neue Model. Na ja. Äh... Die Animationen sind jetzt, glaub ich, weicher. Weißt du? Sieht nicht so aus. Das Problem ist, wenn wir ihn angucken, dann ist er hinter uns her. Also das Model soll verbessert worden sein und... Animationen. Improved SCP-196. Model with better animation. Ich glaub nur, die Animation ist besser. Wie steht die Hell-of-Animation, wenn er da drin ist? Bitte? Die Leer-of-Animation von dem. Also wie er sich so bewegt. Kannst du den ersten Hinten mal anschauen. Äh, ich weiß ja nicht, in welche Richtung er guckt. Okay. Na, ist nicht da. Ich bin da, wer noch. Generator. Achtung, Achtung. Wenn er durch dich durchläuft, ist auch vorbei, glaub ich. Ansonsten kann er mich durchmachen. Ja. Oh, ich hab ihn angeguckt. Glaub ich. Bitte. Was machst du? Aber es war nur ganz kurz. Nicht, wer stehen geblieben hätte gehört, ob er... Oh Mann, ich sag dir, wir schrecken so mega, weil wir jetzt nicht wissen, ob der kommt. Ja, aber das hörst du dann auch. Wenn er schreit und so. Ey, wie ist der scheiß Mauspuck? Der sollte mal gefixt werden, ne. Ja. Das kommt immer noch mit dir durchläuft. Ja. Dann sagt er irgendwas mit. Geht da. Ja, ja, ja. Evaku... Evakuation? Ejakulation. Ejakulation. Evacuation sagt er. Ja, das geht da. Und dann kommen die... Oh, doch nicht. Kein Geht da. Lauf mal da durch. Ja. Guck mal nun da. Also nur gucken. Du guck' ihn nicht anfassen. Der ist gar nicht da, oder? Blink. Häh? Arschloch, Isa. Oh Gott, Isa, ja. Oh Gott, Isa, ja. What the fuck? Nimm mal ein Dokument zum Hinwerfen. Was? Hast du es gehört? Das ist doch das Geräusch, wenn ein SCP-173 in die Tür knackt? Ja, ich glaube, das war, weil die Ente auf eine Tastatur gedrückt hat. Genau. Oder meinst du, dass hier ein SCP-173 ist? Nein, 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 nein. Wo kam der? Der kann doch nicht herkommen, oder? Das war so ein Ende... Eigentlich nicht. Arschloch. Alter, der ist am Ende so wie so ein Frosch auf uns zugesprungen irgendwie, so Frog Splash, das ist die neue Animation, das kann sein, aber gut, das ist jetzt mal, äh, kann man, kann man, kann man, wann hinten, das ist Pino 96, wann hinten, diese Freunde, da hat noch so eine Käse gehaut, wann hinten, da haben wir es nicht gesehen, also nix Neues, bis auf den, auf die Animation, oder? und den Navigator, den Navigator, okay, ansonsten, nächstes Mal noch den Map Creator, ja, dann kannst du dir das vorstellen, ich bin den Creator ja nicht so geil eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne ihn noch nicht, aber, wenn man sich da selber eine Map erstellen kann, dann kann man sich das einfach machen, ich finde, dann hat es keinen Wert mehr, wenn man es dann durchspielt, auf so einer eigens erstellten Map eben, aber man kann auch besonders schwere Maps erstellen, für andere dann, ja, genau, mit anderen austauschen, so, das könnt ihr ja zum Beispiel machen, wenn ihr, Minecraft mäßig, wenn ihr eine geile Map created, dann könnt ihr uns dann den Seed schicken, dann spielen wir die Map, das ist die Idee, meinst du, da generiert man dann nur einen Seed? Wahrscheinlich, ne, gab es ja keine Möglichkeit zum Linken, denk's mal, cool, genau, macht das mal, macht das mal, postet mal, als kommentar, oder ihr könnt ja auch gerne mal eine Videoantwort erstellen, wenn ihr, wenn ihr selber ein Gameplay zu SAP oder eins unserer anderen Horrorspiele habt, wenn ihr sowas macht, wäre auch geil, also ich weiß ja nicht, äh, welche unserer Abonnenten und Zuschauer jetzt selber hier aktiv jetzt Plays machen, Ja, sowas find ich geil, sowas würd ich echt gern mal sehen, von Zuschauern, die unsere Videos sehen, selber ein Video zu sehen, ne? Ja. Ne? Wird es was? Okay, also in diesem Sinne, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Semperfi. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020